Es ist Winter, du lebst in Deutschland, dann hast du mit Sicherheit einen Vitaminmangel. Welcher das ist, das erfährst du in der Podcast-Folge. Außerdem beschäftigen wir uns mit den Gründen für einen Vitaminmangel und was sind überhaupt Antioxidantien. Das klären wir gleich nach dem Intro. Herzlich Willkommen zum Online-Trainer-Lizenz-Podcast im Gespräch über Fitness und Ernährung. Lerne von Experten, wie du erfolgreich trainierst, dich richtig ernährst und typische Sportverletzungen vermeidest. Die Vitaminzufuhr in Deutschland ist immer wieder Mittelpunkt einiger Diskussionen der Fachgesellschaften für Ernährung. Grund hierfür sind die zum Teil doch sehr ausschlaggebenden, häufig vorkommenden Symptome bei Vitaminmangel. Die Ernährungslage in Deutschland ist grundlegend sehr gut und ausgewogen. Doch lassen sich immer wieder typische Fehler und Mangelsymptome aufgrund unzureichender Ernährung feststellen. Auf die beispielsweise im Zuge der Ernährungsberichte durch die DGE aufmerksam gemacht wird. Grundsätzlich gilt zu erwähnen, dass ein Nicht-Erreichen der von der DGE vorgeschriebenen Referenzwerte nicht gleichzeitig ein Mangelzustand ist. Einige Vitamine lassen sich niedriger dosieren und sind trotzdem effektiv. Studien und Ernährungsauswertungen zur deutschen Bevölkerung haben gezeigt, dass nur sehr wenige Mängel bei der Vitamizufuhr zu finden sind. Die vorhandenen Mängel belaufen sich auf Vitamin D und Folsäure sowie einige Vitamine, die in besonderen Lebensabschnitten mangelhaft auftreten können. Die Besonderheit bei Vitamin D liegt in der körpereigenen Synthesefunktion. Dieses Vitamin kann zwar durch Nahrung zugeführt werden, wird allerdings hauptsächlich in den Mengen, die der Körper benötigt, mit Hilfe von UV-Strahlung hergestellt. Das bedeutet, ein Mangel tritt häufig in Äquatorfernregionen auf. Für Deutschland allerdings bedeutet dies auch, dass insbesondere im Winter als auch bei Menschen, die viel innerhalb von Gebäuden arbeiten und leben, ein Mangel auftreten kann. Hierbei empfiehlt sich die Rücksprache mit einem Arzt, der gegebenenfalls eine zusätzliche Einnahme von Vitamin D empfiehlt. Ein Folsäuremangel ließe sich besonders durch Blattgemüse, Nüsse und Hülsenfrüchte ausgleichen. Insgesamt ist ein Mangel oftmals auf verschiedene Gründe zurückzuführen. Es kann dabei eine spezielle Lebenssituation schuld sein oder eine tatsächliche Mangelernährung ist ausschlaggebender Faktor für den Vitaminmangel. Doch was sind die Gründe für den Vitaminmangel? Zum einen qualitativ oder quantitativ unzureichende Ernährung. Zu wenig gesundes Essen quasi. Unverträglichkeiten oder Abneigungen zu bestimmten Lebensmitteln, beispielsweise Kalziummangel bei Laktoseintoleranz. Dann haben wir auch noch die besonderen Ernährungsformen wie zum Beispiel Veganismus oder Vegetarismus. Dann Krankheiten, Leberschäden, Beeinträchtigungen des Magen-Darm-Traktes, lang andauernde intensive Kalorienreduzierte Diäten, besondere Lebensabschnitte wie zum Beispiel Schwangerschaft, Wachstum, Stillzeit oder eben auch der vermehrte Alkohol- oder Tabakkonsum. Generell wird eine Nahrungsergänzung in Bezug auf Vitamine nicht empfohlen, da die tägliche Referenzwerte für die einzelnen Vitalstoffe sehr gut mit einer ausgewogenen abwechslungsreichen Mischkost erreicht werden können. Es gibt allerdings Situationen, in denen eine explizite Zugabe einiger Vitamine sinnvoll sein kann. Besonders bei Mangelerscheinungen aufgrund von besonderen Lebenssituationen oder Ernährungsformen. Zunächst sei aber erwähnt, dass eine Überdosierung vor allem bei den fettlöslichen Vitaminen zu durchaus beträchtlichen Nebenwirkungen führen kann. Der Gesamtbevölkerung wird unter anderem die Verwendung von jodiertem bzw. fluoridiertem Speisesalz empfohlen, um die dadurch verbundene Deckung wichtiger Vitamine zu erreichen. Fluorid und Jod kommen sehr bedingt in natürlichen Lebensmitteln vor und können somit mithilfe des Salzes hervorragend ausgeglichen werden. Gleichzeitig empfiehlt sich eine Supplementation von Vitamin D im Winter und insbesondere bei Menschen, die nicht regelmäßig eine gewisse Zeit in der Sonne verbringen. Für Schwangere und solche Frauen, die es werden wollen, wird eine zusätzliche Gabe von Folsäure empfohlen, um eine mögliche Mangelerscheinung im Vornherein auszuschließen. Abschließend lassen sich Empfehlungen für beispielsweise Vegetarier und Veganer in Richtung Vitamin B12 aussprechen. Eine Nahrungsergänzung kann hierbei ebenfalls sinnvoll sein. Ein zweites sehr wichtiges Thema sind Antioxidantien. Viele Vitamine sind ebenfalls Antioxidantien. Dieser Begriff wurde in diesem Kontext schon häufiger verwendet und deshalb gilt es, diesen nun auch zu erklären. Denn was sind Antioxidantien eigentlich? Es handelt sich hierbei um chemische Verbindungen, die schädliche Substanzen einfangen bzw. binden können. Dadurch werden sie für den Körper wichtig, da mit ihrer Hilfe eine mögliche Zellschädigung verhindert werden kann. Es gibt Moleküle im Körper, z.B. freie Radikale, die durch unseren Organismus wandern und als sehr aggressiv sowie bösartig gelten. Das bedeutet, sie beeinflussen Zellen selbst sowie einige Körperfunktionen negativ. Es konnten Zusammenhänge aus freien Radikalen mit verschiedenen Krankheiten wie Krebs, Alzheimer, Diabetes und vielen weiteren festgestellt werden. Die bösartige Wirkung der freien Radikale ist, auf ihren chemischen, strukturellen Aufbau zurückzuführen. Ihnen fehlt innerhalb ihrer Molekülzusammensetzung ein Elektron in der äußersten Schicht, um sich also selbst zu erhalten und überleben zu können. Müssen sie anderen Molekülen ein Elektron entreißen? Dadurch schaden sie den Zellen. Antioxidantien kommen hierbei ins Spiel, da sie die freien Radikale mit ihren fehlenden Elektronen beliefern und sie somit unschädlich machen. Typische Antioxidantien sind in Beeren generell Obst und Gemüse zu finden. Beispielsweise Vitamin C oder Vitamin E bringen antioxidative Eigenschaften mit sich. Die Forschung legt hierbei einen besonderen Wert auf natürliche Vorkommen von Antioxidantien, da synthetisch hergestellte Präparate scheinbar weniger Vorteile und zum Teil sogar Nachteile mit sich bringen. Es sollte auf solche Präparate verzichtet werden. Der Grund hierfür scheint in Störungen des Gleichgewichts inzwischen freien Radikalen und den Antioxidantien im Körper zu liegen. Durch die explizite Zufuhr isolierte Antioxidantien wird der Schritt der Nahrungsaufnahme in Kombination mit weiteren Vitalstoffen übersprungen. Somit fehlen Faktoren wie sekundäre Pflanzenstoffe und andere Mineralstoffe vollkommen, sodass sich studientechnisch positive Effekte bei natürlicher Zufuhr von Antioxidantien jedoch negative Effekte bei künstlicher Präparatzufuhr feststellen ließen. Wenn dich das Thema Vitamine näher interessiert, dann schau doch einfach mal beim OTL-Blog vorbei. Ja, das war der Online-Trainer-Lizenz-Podcast. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann lass es uns gerne bei iTunes wissen. Wir hören uns. Wir hören uns.